Ich hab meine Gier noch unter Kontrolle, Junge. Gerade am Anfang nehm ich alles mit, was dich nid und nagelfest ist, du. Hier so, erste Runde. Patch 0.13. Äh, oh ne, wir sind hier auf dem, ach so, wir sind hier auf dem Kackberg. Oberhalb von der Baumstation, hier weiß ich mein, Holzlager. Müsste doch hier sein, oder? Ja, hier können wir runter gucken, naja, das ist hier. Bisschen weiter weg, da vorne ist der Sniperhügel. Okay. Ähm, ja, müssen wir irgendwie unten am Hügel lang. Ja. Richtung Drohne. Welche Ausgänge haben wir denn? Die üblichen, denke ich. Nord-UN können wir dann rausgehen. Wenn wir es denn dahin schaffen. Ja, wir müssen ja erstmal bloß den Letter holen. Hauptsächlich. Okay, die Kopfhörer-Sound, entweder liegt es an den Com-Tags. Die Kopfhörer-Sounds sind grad ein bisschen leise. Oh, das war eine Mine. Hat keiner wieder vergessen, wo die liegen, oder haben sie die jetzt umgelegt? Ne. Die Schilder geändert. Ja. Haben sie wahrscheinlich einer statt ein Minenschild, sondern hier Sammelschild hingestellt. Ja. Gehen wir links rum, oder vorne rum direkt? Ähm. Ich werd schon vorne rum reden. Okay. Ich war jetzt ein bisschen heftiger wegen Scaps, aber... Ich bin da... Noch guter Dinge. Dass, äh, nur einer sterben wirst und uns beiden. Okay, gut. Zeig. Geh mal vor. Mhm. Also, ich merke schon einen Unterschied vom Sound her. Naja. Fühlt sich auf jeden Fall anders an gerade. So, Vorsicht, hier können wir gleich auf Spieler treffen. Mhm. Ist ja wahrscheinlich sogar... Ja, vor uns sind Schüsse. Mit der Ketter, oder so. Mit der Ketter, oder so. Alter. Ja, sorry. Suppressor hab ich noch nicht. Boah. Haha. Oh, jetzt helfst du mich kurz? Ja. Oh, jetzt helfst du mich noch mal. Okay. Also der Regen ist doller geworden, falls du es auch noch nicht möchtest. Die werden jetzt natürlich, wahrscheinlich dieses Holzding, ja da vorne geht es ab, irgendwo. Schüsse rechts. Also die kämpften das ab oder was? Könnte ich wetten. Ich würde sagen, wir rennen einmal drumherum, um zu gucken, dass nicht irgendjemand, einer da im Anschlag irgendwo wartet. Ja, ich zöckel mal rechts rum. Ja, ich zöckel links rum. Du bist am Stein? Am Stein ist einer. Okay. Bei der Drohne oder welcher Stein? Siehst du ihn nicht schießen, Alter? Bist du auf dem Stein? Ne, ne? Ich bin gleich tot, ne? D... Wie sind denn da? Hast du ihn? Hab ihn Fuck Verbitte dich bitte Du musst mich decken, ich bin sowas von am Arsch gerade Ich weiß nicht mehr, wo du bist, Digga Ich liege direkt unter dem Unterstand Hier ist eine Leiche Ich hab beide getötet Ich hab beide getötet Ah, da liegt ein Stuh, ok Ich komm komplett hoch hier Ich leg mich hier kurz runter Junge, Junge, Junge Meine Munition war alle Ich musste gerade auf die Scaff-Waffe Zum Glück hatte ich die dabei Ich hab mich gerade mit der Scaff-Knarren getreten Haben die hier ernsthaft abgekämmt oder wann? Ja So, erste Runde, Puls hab ich Digga Nicht nur du hast Puls, ey Ja, zum Glück, er war zum Glück auch am Nachladen Ich hab richtig gesehen, während ich nachladen musste, dass er auch gerade nachsteckt Ja, das Schöne war Die haben, äh, dich nicht gesehen, ne? Ja Ich hab die von hinten gekriegt Den einen hab ich so, einfach durch die Durch den Busch hab ich einfach geballert Und den anderen links hab ich nur erahnt Ich hab erst gedacht, du bist tot, ey Nein, aber ich war am Bluten Ich hab mich die ganze Zeit hinterm, hinterm Baum versteckt Okay So, zweites Magazin verladen Alter, ich war so leer Ja, ich konnte von Glück reden, dass die VBO noch Geld hatte, ey Ich bin's supergeil, supergeil, wenn du bist Supergeil Käpt'n Kararo, 1000 Biddys, vielen lieben Dank Ab in die Premiumrüstung Schon insgesamt 66.530 Biddys Danke vielmals für deinen Support So, kannst du jetzt bitte hier Den Zettel holen? Ich fühl mich hier nicht ganz sicher Ich hab das, äh, Gefühl, dass hier alle drei Minuten Einer herstellt Und möchte diesen Schummelzettel da haben Den Zettel bitte auch haben Seinen, äh, Aufsatz zu schreiben Wo war denn der hier? Da ist er doch, ja So, warte, ich loote kurz meinen Dude hier Das bist du, ne? Ja, da hab ich mich jetzt schon dran bedient Komm, vergiss es Wann, willst du mich verarschen? Ich kill jetzt, ey Ja, was willst du denn noch alles rausschleppen, Junge? Soll ich dir jetzt alles hinlegen? Nein, 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 alles gut Ich nehm den hier Käpt'n Kararo, nochmal 470 Biddys Damit du ohne Zahlst Super, lieben Dank Lieben, lieben Dank Rennst du, ja Ja, ja Ey, denkst du, ich will dir daneben stehen? Wie du da, äh Nicht? Wie nackig machst? Ich hab dir jetzt An den Leichen vergesst? Ich dachte jetzt Ich hab dir jetzt erst Erschossen, der Das hört sich nah an Oh, sieh zu, Digga Ich seh zu Alter, der ist voll Der Dude Ja, war meiner auch Handrill Okay, die Dinger nehm ich nicht Den Rest schlepp' ich so mit Oh, du hast dir Zeit, ne? Ja, du deckst mich ja, deswegen Oh, ja Ja, ja Ja, ja Okay, ich komm Wo bist du? Hinter dir Ich hab Hügel, die gehen hier Okay, wir rennen euch zum Ausgang, ne? Okay, leer So Wo war denn jetzt Der Nordrhein? Oder wo können wir noch raus? Wir können UN, äh, links Links Einfach Richtung Ausgang Bahnhof gehen Ja, UN Geht ab da hin Ja, warte kurz Ich kann noch nicht laufen Ich bin so vollgepickt Ich hab Stamina auf Das wenn wir laufen müssen Laufen kann Ja, weil du dann noch ne zweite Rüstung mit hast Aber essen, trinken ist ne gute Idee Mhm Metabolisten vor dem hin Sag ich da nur So sieht's aus Ja, der hatte hier auch Krams dabei Ich glaube die haben doch nicht abgekämmt Äh, die sind glaube ich vorher beim Dingens gewesen Hier Ich komm jetzt grad nicht drauf wie's heißt Ne, obwohl, dafür haben sie ein bisschen zu wenig, oder? Für die Sunny Station Keine Ahnung Keine Ahnung Dann hätten sie mehr Sunny Kram dabei gehabt Die hatten ja auch Waffen Kram dabei Die haben Kisten und sowas Auf dem Weg gelootet Welche und wo ist mir eigentlich auch egal Die wollten ihnen den Zettel holen Haben vielleicht auch den Zettel geholt Ich weiß es nicht Kannst du nicht sagen Ich hab meine Gier noch unter Kontrolle, Junge Gerade am Anfang, nehm ich Nimm mir alles mit, was ich nie Du nagelfest ist, du Das ändert sich auch bis zum Vibe nicht Deswegen hab ich ja den zweiten Punkt gemutet Mhm Wo ich genau wusste, du kannst eh nicht alles einschrecken Und da bin ich schon Ich hab keinen Bock da fünf Minuten zu warten Bist du denn sagst so Das schönste hab ich mir rausgesucht Ja, ist ja gut Dann darfst du die Reste einsenden Ich bin schon etwas länger da Aber du hattest mich übersehen Oh, Miss Dixen, ich bin untröstlich Das tut mir schrecklich leid Ich hab's auch gerade gesehen Da kam, äh, nochmal Äh, der zweite Bitbomb-Alarm von Captain Carajo Und, äh Danach hat mein Bot wieder zugespampt Deswegen hab ich das leider übersehen Es tut mir schrecklich leid Ich weiß, es ist unverzeihlich Ja, danke Das nenn ich Buddy-Prinzip Einfach schon mal rausgehen Lauf weiter, wenn du kannst Hast du mir das selber gesagt So ist wenigstens einer safe Dein Ernst Das üben wir aber nochmal, Diablo, ne? Komm Geh nochmal, bitte nochmal bei Woods rein Und komm hierher, um mich zu saven Mach ich Wuhu Warte, reich Als Gäff, ne? Weil Die Runde hat ja nicht angefangen So, jetzt fängt's wieder an Wohin mit dem Ganzen? Ich will ja nicht sagen, dass du leicht überladen bist Aber ich glaube, du bist leicht überladen Oh, nix Das hast du super festgestellt Aber Jetzt weiß ich zumindest Dank dir Warum ich mich kaum bewegen kann Dankeschön So Ja Sehr nice Für die erste Runde Du hast mir sogar das Doctack weggenommen Jo Du bist ein kleiner Banner Ich hab den Ich hab den ganz nackig gemacht Ich Weißt du Ich Sichere unser Überleben Und wie dankst du's mir Ich hab mich in die Feuerlinie geschmissen Das ganze Feuer auf mich gezogen Damit du da hart skopen kannst Weißt du, wie so ein Wo ist er denn? Halt er mal stille Ja, noch einen Moment Warte Kimme Korn Ich hab den roh Ich hab den roh Untertitelung des ZDF, 2020